Und XLX 2018 München, Kraftakt ist in der Haus! Wir sind jetzt da, David gegen Goliath, wobei ich der David bin, er der Goliath. 18.120, das ist die Siegesnummer heute. Wie ist das Gefühl, wenn man bei der ersten XLX L Challenge mit dabei ist? Für mich ein tolles Gefühl, ich bin top motiviert und wahrscheinlich gewinne ich den Lauf auch. Ich glaube, der Bruno gewinnt den Lauf. Das Team ist top motiviert, wir werden Gas geben, wir haben ein super geiles Team, wir sind eingespielt. Ihnen tut so richtig weh. Aber geil, schon. Frauen an der ganzen Wüste. Ja, grüß die! Hey, Freddy! Sehr gut! Geil, gut aussehend! Freddy! Kraftakt! 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 Hurra! Da haben wir jetzt niemand geringer aus wie Freddy, den Hauptling von XLX. Hauptling, große Feder. Und Freddy, warum muss man unbedingt bei XLX dabei sein? XLX verbindet alles. Teamgeist, Zusammenhalt und gemeinsam ins Ziel kommen. Das ist das Motto. Und ich finde, es gibt nichts geileres, als das gemeinsam zu schaffen, anstatt immer erster zu sein, oder? Wir wollen als Team ins Ziel kommen und das ist das Motto. Da muss ich Freddy hundertprozentig recht geben und sagen Danke für die geile Veranstaltung aus Österreich. Bis nach Österreich! Was machst du eigentlich schon hier hinten? Weil er erlaubt sich aber auch Dinge... Was hast du getan? Ich weiß! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir tun das? Wir tun das? Ich bin im DIN! Dann rüber! Eine Frage habe ich aber noch. Sagt ihr alle Heißdrehen? Wir Zeit, Zeit, Preis! So, heben. Das ist nicht los, Dave! Bist du tappert? Bist du tappert? Das ist voll kalt. Wir sind beim Rotten River und schmeißen uns in die Flut rein. Boah, schön schreckt. Das ist angenehm. Haben sie auch gar keinen Finger? Schäden ist was anderes. Ja, das ist cool. Boah. Urlaun, bullelung, bis bald. Jawohl, jawohl, haaaah! Bist du sonst. Sieben! Jeeeeeeeeee! Da sind wir, das war geil! Und? Sehr geil! Rein in den Dreck, Pamina! Rein in den Dreck! In den Dreck! Ab ins Wasser mit uns! Wir sind wieder sauber! Wald ist sauber unser Mädchen, er mag keinen Schlamm! Stimmt's Alter? Ich mag auch kein kaltes Wasser! Ich hab nicht den Wagen geduscht! Dreckig! Dreckig, aber schön, oder? Das ist ein Brotis! Schmack! Guck! Hast uns nichts los, es steht! Hach uns nichts los, es steht! 2, 3, 4, 4. Musik Sehr geil! Ja, Bruder, jede mit dir! Komm! Ja, wir haben einen Schraub. Ja, wir haben einen Schraub. Ja, wir haben einen Schraub. Ja! 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 Ja, wir sind gesorgt. Super! Ach! Krass! 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 Das ist gymnastics! Drsdk Ja, aber in Bayern hätte man doch gedacht, die kriegen ein Schnappseln. Da ist einer drin. Da ist einer drin. Da ist einer drin. Da ist einer drin. Da ist einer drin, bitte hoch. Der Andreas Schnieser hat sich ins Abendgebirge gewonnen. Ja, gell. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Im Stuttete. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Musik 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 Ich muss mich jetzt sichern. Ich muss mich sichern, Bianca. Sechste, der ist gut zuerst. Los geht's! Super, Bianca! Wir verabschieden uns von den X-Läden, die Distanz-M machen und das voll durchgezogen haben. Mit einem dreifachen Kraft! 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 Der Walter schaut relativ unglaubwürdig das Hindernis an. Man sieht das. Eine gewisse Ratlosigkeit in seinen Augen. Hast du das gesehen? Ja, hab ich gesehen. Wenn wir schauen, wie das meistert der Walter, aber ich bau auf ihn. Ich zöhe auf ihn. Just let's open and open. Ich bau auf ihn�40 und super Royal RDJ Was sagst du dazu? Ein Griff! Tim Kraftakt am Wirken! Aha, die Theresa, Frau Dochter, greift voll hängig. Oh, scheiß glücklich. Komm, Alter! Bist du Tepper! Bruno liebt kaltes Wasser, gell, Bruno? Das ist nicht lustig! Was ist der Klingste? Kalt, was sie spielen da drinnen? Ja, war ich nicht so schlimm? War ich nicht so schlimm, weil es 14 Grad ist, so ein kleines Hemobirn. Na gut, sie sind Tiroler, die gehen bei 6 Grad. Aber es ist, wenn ich es stimmt, blau. Pass auf, überhole einen nicht. Alter, was sagst du jetzt zu dem Hindernis? Voll geil. Ist es anstrengend, oder willst du sagen, es ist in Ordnung? Es ist entspannend, ja. Aber wieder abhängen, oder? Genau, wieder checken. So, mitten im Wettkampf, wie fühlst du dich? Hängend, hängend. Ein gutes Geserchtz, der Diroler Geserchtz ist auch gut abgekommen, oder? Ja. Ein echter Geserchtz. Vollständig. Schreck doch für Bluttaten nicht zurück. Bist du Tepper! Falle! Hindernis Operation Overweight. Gut Spaß. Ja. Wenn die Anna mal raus. Weiter, 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 weiter. Respekt, dann ist Respekt, oder? Anna. Danke. Falle! Geil! So, was sagst du, dass du den Hindernis siehst? Geil! Absolut geil! Malte! Malte, ist es bekanntlich deine Lieblingshielinisse mit viel Schlamm und Dreck? Ich freu mich! Ja, freu mich. Ja, freu mich. Der X-Welt gespunt. Huh! So gar nicht raus. Ja! Malte! Malte! Das ist nicht lustig! Ja, unglaublich dramatische Szene bei X-Welt, X-Würmchen und das Ganze auf der Elt-Distanz. Wohl für keinen Warmen. Voll durchgeknall. Malte! Ja! Jawoll! Wohl! 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 Letztes Hindernis. Jetzt haben wir es gleich. Wohl! Noch ein El. Ein bisschen Hütigen. Hunger habe ich. Essen geben wir auf jeden Fall was. Wohl! Wohl! Angriff zum Letzten Hindernis. Angriff! Achitos! Ach. dich. Ach. Und Ex-Fedic 2018 München, Kavdak ist in der Haus! Volker ist das Gegend! Mit Untertitelung. BR 2018